hallo und zurück bei my paper boot spielmodus genau um noch mal sammeln machen wir ein dessert warte mal was cave haben wir auch haben wir das schon jetzt haben wir nicht hier sind nämlich drei sterne ok machen wir jetzt dessert so ach genau das habe ich das letzte mal verschissen ok jetzt haben wir mal wieder die münzen ein kann ich dem ding da vorne auch entkommen ich weiß nicht genau warte mal wenn ich warte ach so ok der geht irgendwann weg oder naja ok ja toll jetzt kommt er wieder fack jetzt schnell 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 beeilung vorkommt so gott sei dank gerade doch ok man muss einfach ein bisschen warten bis der weg ist ok geht es jetzt lang ich drücke den spalt hier speicherpunkt oder hilfe ja speicherpunkt ok jetzt wieder kurz warten wo ist der ok ist weit weg schnell 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 beeilung da war eine münze ok haben wir gott sei dank nichts überstürzen hier einmal rumfahren ok dann fahren wir weiter 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 da ist auch eine münze höchste reich ist was also ok ok was ist los ja sehr gut schnell er geht halt rein oh mein gott ich muss hier lang gott sei dank ich habe es geschafft ok hier ist nichts doch münze münze gut jetzt ein bisschen aufpassen hier da ist auch eine münze mal hier durch und wieder voll jawohl diesmal schaffe ich das und eine münze sonst muss ich ein bisschen aufpassen jetzt muss wieder gucken und der hingeht gut kann ich hier hinfahren gibt es auch ein paar münzen ja hier münze sehr gut ok weiterfahren da muss man echt aufpassen dass man nicht eingezogen wird mein armes papierboot wunderbar ok da fährt er hoch jeder geht wieder zurück jetzt schnell ah mist da war eine münze ok ganz langsam ja hier durch kommen jawohl so schnell hier müssen wir jetzt aufpassen der geht einmal zurück und einmal vor warten 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 jetzt schnell durch hoch oh mein gott ja wunderbar cool ok weiterfahren hier ist eine münze also macht spaß das spiel jetzt auf steam wenn du das kaufen wolltest kann ich empfehlen macht schon spaß münze ok auch münze ok da geht er hoch alles klar schnell schick die highlander welt und wir haben unseren boost wieder sehr gut und münze sehr schön noch eine münze und da vorne ist wieder speicher punkt 38 haben wir schon ok 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 was ist hier los oh oh der kommt jetzt her ne ne zurück zurück ah ne der geht einmal hinter und wieder her ok verstehe alles klar ja ok hier ist nix hier können wir schön weiter fahren weiter 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 hier ist eine münze einsammeln gott das haben wir ja schon wir sind schon voll wieder münze jetzt kann man schon fahren komm alles klar ich kann ja nichts ab ey ein paar münzen haben wir noch wo sind die anderen münzen hier sind eure hier eins hier speicherpunkt und da ist eine münze sehr gut fünf münzen noch cool hier ist eine münze nimm es wir warten jetzt hier einfach mal alles klar hier ist auch eine münze immer natürlich zwei münzen nach ohrgeil hier ist eine münze okay eine münze fehlt aber egal wir haben es geschafft geil laden ach du scheiße wo sind wir mal dass wir sehen nene nicht tutorial hallo spielmodus des nein das soll zurück spielmodus cave okay das machen wir noch und los geht's spannend wie das hier wird jedenfalls dieses wasser extremst cool aus zurück die ist auch eine münze und hier ok habe alle auch ne da war eine münze mann scheiße münze da hinten ist auch eine ok hier ist eine oder wasser sieht geil aus ja wieder boost wo wir schon voll haben aber egal ist wurscht jetzt haben wir trotzdem ein so machen wir hier wieder eine münze wo was das für ein ding eine kette wasser immer wer soll das ein hindernis sein aber für mich ist natürlich keins weil ich klein genug bin als papierboot springen kann ich leider nicht so münze haben wir noch eine ne nix mehr ok dann fahren wir weiter hier ist eine ok hier ist irgendwas blau jetzt ist das achso nur ein speicherpunkt ok oh splendid hallo hier ist eine münze boah geil hier ist so ein ding haben wir es wieder voll wunderbar oh splendid alter ich sehe nichts was ich sehe nichts ich sehe nichts hier sind noch münzen wo alter ok hier ist nichts dann können wir weiter fahren mein bustel bustel und wieder speicherpunkt jetzt kommen oft speicherpunkte warum das was ist da los das könnte sein aber das packt mich nicht weil ich wünsche da wie halt war krass da ist auch eins hinterm holz ich kriege ich na jetzt hier ist wieder medizin wir haben schon 30 münzen cool ich weiß auf jeden fall einen haben wir vergessen ganz am anfang war das ganz am anfang war das auf jeden Fall das deswegen die Dinger kann man am am rand auch rum fahren schnell weg ich brauche Medizin, oh Gott ich brauche Medizin, ich habe Aua am Boot oh ich sehe nix gar nicht so einfach ne oh weh Schnapphorn hier hier ist eine hinten war da eine oder jawoll hier ist eine 41 ok mal gespannt wann der wann das Ziel kommt bin ja mal gespannt hier hier ist nix 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 doch da ist was hier ist eine Münze hier drin was ist das von blausdingen wieder ah ok mein Ziel in 7 Minuten 23 cool was haben wir dann freigeschalten der Canyon das machen wir in der nächsten Folge von my paper boat bis dann tschüss x x x Vielen Dank.